Finch, was hältst du mal von einem Aufschnitt auf dem Spargelhof gräbbeln? Meine Freundin, die du nach dem Autokonzert in Schönefeld angeschrieben hast, ist auch dabei. Ja, top, Digga. Mach mal das Ei fertig, Digga. Mach doch mal das Ei fertig. Mach doch mal das Ei fertig. Die hat ihre Sachen vergessen, die hat ihre Sachen am Auto vergessen, ich erinnere mich jetzt. Die hat ihre Sachen da liegen lassen und ich habe sie dann angeschrieben und sie sagt, komm mal wieder zurück, hol dir bitte deine Sachen ab, wir haben die für dich aufbewahrt. Deswegen habe ich sie angeschrieben. Ich habe ihr die Sachen dann zugeschickt. Sie hatte ihren Tanga im Backstage vergessen. Endlich ein Stream mit dem Freestyle-King und Finch ist sogar auch mit dabei. Oh, hops. Ja, das ist nicht schlimm, wenn da so eins und zippt. Digga, hier wächst ein Kopf raus. Was ist denn das? Lass wegschmeißen. Hast recht, Digga. Der. Alles war zu sagen.